Das ist die Yokaya Palazzo, hier ist die Puhlandschaft und hier ist das Hotel von oben, hier kann man draußen sitzen, super schön, ganz ganz toll, das Wetter ist heute nicht so schön und hier ist die Brasserie, hier gibt es Leckereien, Häppchen, Schokolade, Milben, Big Ice, alles was du setzt, sich freut. Hier haben wir sogar Paris, den Eifelturm, ganz ganz schön.